Zwei Jahre Arbeit stecken in unserem Buch Boden gut machen. Machen ist auch unser Motto, wenn es um Kundenwünsche geht. Fotoboden wurde mehrfach mit dem Druck und Medien Award ausgezeichnet. So auch unser Partner für die Buchproduktion. Sechs Tonnen Papier warten auf Ihre Veredelung zum ersten Fotobodenbuch. Highspeed in hoher Qualität für über 600.000 Seiten. Aus mehr als 5.000 Projekten haben wir die Highlights jeder Kategorie ausgewählt. Vom Schloss Neuschwanstein bis zu unseren Fußballhelden. Das Cover zeigt die größte ungenutzte Werbefläche der Welt, den Boden. Edler Boden, edles Buch. Beides soll über einen langen Zeitraum einen guten Eindruck machen. Der Siebdruck bringt Glanz ins Spiel. Der patentierte Fotoboden entsteht im fotorealistischen Digitaldruck. Mehrere, einzeln ausgehartete Schichten sorgen für eine lange Haltbarkeit. Die Musterseiten werden zum Schluss manuell in die Bücher geklebt. So sieht man nicht nur die Qualität von Fotoboden, sondern kann sie auch fühlen. Die Buchcover und Seiten werden verleimt. Langsam nimmt das Buch Form an. Made in Germany Unser Buch und Fotoboden werden in Deutschland produziert und europaweit ausgeliefert. Ein Kraftakt fürs ganze Team. Zehn Palettenbücher können nun verpackt und verschickt werden. Für unsere Kunden ist das Buch eine Quelle der Inspiration. Über 100 bebildete und beschriebene Beispiele erfolgreicher Bodenwerbung. Echte Kundenprojekte aus dem Handel. Von Messen, TV-Produkten, Museen und vielem mehr. Inspirieren auch Sie Ihre Kunden und helfen Sie mit, den Boden gut zu machen.